Vielen Dank, Tim, nach Mainz. Große Sorge um Karl Moik. Er musste vor kurzem schon wieder am Herz operiert werden und hat mit Komplikationen zu kämpfen. Mehr dazu erfahren Sie jetzt bei uns. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Karin Webb hat diese Woche frei. Sie ist dann ab Montag wieder für Sie da. Karl Moik wäre vor einem Dreivierteljahr beinahe an einem schweren Herzinfarkt gestorben. Die Ärzte hatten ihm damals eine Überlebenschance von nur 10 Prozent gegeben. Trotzdem konnte er sich wieder zurück ins Leben kämpfen. Jetzt geht es dem ehemaligen Volksmusikmoderator allerdings wieder sehr schlecht. Wir wünschen Karl Moik gute Besserung. Am Samstag haben sich in München beim Deutschen Filmball die Stars aus Film und Fernsehen getroffen. Dabei geht es natürlich auch ums Sehen und Gesehenwerden, vor allem bei den Frauen. Also muss ein möglichst auffälliges Outfit her. Sehr zur Begeisterung der Männer. Willkommen zurück. Schauspieler und Frauenschwarm Johnny Depp hat gestern in Berlin einen etwas seltsamen Auftritt hingelegt. Irgendwie stand er ein bisschen neben sich, als er in der Hauptstadt seinen neuen Film vorgestellt hat. Vielleicht hat Johnny auch einfach einen unschlechten Tag gehabt. Jetzt gibt es weitere Leute heute. Ja, aber seltsamerweise finden es viele bei Männern gar nicht so schlimm, wenn sie underdressed sind. Modedesignerin Vivienne Westwood kann sowas nicht passieren. Sie wirkt oft sogar overdressed mit ihren skurrilen Outfits. In Mailand hat sie jetzt ihre neueste Männerkollektion präsentiert. Menschen mit Musik ganz tief zu berühren, ist eine ganz große Kunst. Der chinesische Pianist Lang Lang beherrscht sie. Er ist Multimillionär. Dafür zahlt er allerdings einen hohen Preis, wie er meiner Kollegin Sibylle vor einem Auftritt verraten hat. Wir wünschen ihm, dass er bald ein bisschen mehr Zeit für sich selbst findet. Liebe Zuschauer, wir sehen uns morgen wieder um 17.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.